Ah, cool, ich bin ja nicht mal Letzter. Nee, ich glaube eher, dass der Letzte oder so reinkrachen wird. Wow, 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 wow. Ja, ich hab mich schon verbremst. Wo bist du denn? Jetzt ganz heute hinten. Achso. Ah, der Nachteil an 50-50, der Nachteil an 50-50 Bremsbalance ist, du hast massives Untersteuern. Ich schnapp den mir jetzt alle. Ah, ich bin hinter dir. Ja. Hab ich den berührt? Nicht, dass ich wüsste. Ich komme. Ja, ja. Wir haben dasselbe Setup, also von daher. Ja. Oh, 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 oh. Äh. Musik. hockeyxD Untertitelung des ZDF, 2020 Nur am Rutschen Ich würde gerne an dir vorbeikommen Du meinst, du bist schneller, ja? Du kommst, du ziehst irgendwie weg, ich hab keine Ahnung warum Jetzt machst du auch noch dieselbe Scheiße wie ich Voll und ich stehe wieder her Das verstehe ich aber auch nicht, wieso ich wegziehe Du hast doch, hast du auch Ja, ich hab genau das gleiche Aber Jetzt hast du es geschafft Aber auch allerletzter Rille Ja, ja, ich hab's gesehen Und dann sowas Oh, 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 oh Ist das schief gegen Ben? Ey, ich hab echt gar nicht geknallt in den Rhein Hm, na der ist bei mir Ghostcar geworden Aber ich find das Setup irgendwie ganz cool Ja, so richtig beurteilen kann ich es noch nicht Ich muss mal mein eigenes testen Was im Vergleich hinstellen Oh, ah Sorry